Berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO. Was haben wir darunter zu verstehen? Damit der verantwortliche Daten verarbeiten darf, braucht er einen Rechtsgrund. Dieser Rechtsgrund kann unter Umständen das Gesetz sein, kann ein Vertrag sein, aber auch gegebenenfalls ein berechtigtes Interesse. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen kann wirtschaftlicher Natur sein, rechtlicher oder auch ideeller Art. Das ist immer im Einzelfall entsprechend zu prüfen. Mehr dazu hier oder auf www.livento.de. Schön, dass Sie dabei sind.